Ich befasse mich auch mit Nordindianer wie die Apachen. Das ist ein interessantes Thema für mich. Ich habe mir auch die Zigaretten erfunden. Ja und die will man jetzt zwingend zur Natur wieder zurück. Sie sollen auch Geschichtsunterricht nehmen, dass sie die Weißen damals aus der Stadt vertreiben wollten und ihnen den Whisky gestohlen haben und solche Dinge. Aber in der Prévie gibt es ja oft auch keinen Whisky. Das ist halt auch schwierig. Das ist ein Problem an sich. Ja, schauen wir weiter. Ich werde jetzt lesen, was es da für Sachen geben. Vielleicht in einen Ausflug in die Prévie oder so mit Busreisen oder so. Weil in der Stadt ist ja doch auch angenehm ins Geschäft gehen, den Alkohol kaufen und solche Dinge. Ja, also die Musik. Ja, schon. Ja. 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 Vielen Dank.